Liebe Studierende der Fakultät SLK, ich bin Alexander Lasch und neben Roswitha Böhm einer der Studiendekaner unserer Fakultät an der Fakultät Sprachliteratur und Kulturwissenschaften. Wie Sie sicherlich in den letzten Tagen bemerkt haben, steuern wir auf ein sehr besonderes Sommersemester zu, nämlich ein Sommersemester, bei dem die Präsenzlehre ausgesetzt ist und wir deswegen zur Lehre in den digitalen Raum gehen. Allerdings laufen die Vorbereitungen dafür an unserer Fakultät mit Hochtouren und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir einen reibungslosen Start zum Sommersemester realisieren können. Wir brauchen aber natürlich dazu Ihre Kreativität, Unterstützung und Hilfe und außerdem auch ein wenig Leidensbereitschaft, denn das Ganze wird mutmaßlich nicht ohne Fehler ablaufen und starten können. Aber ich bin hier sehr zuversichtlich, dass Sie uns die entsprechenden Spielräume zugestehen und sich selbst freilich auch. Vielleicht ganz kurz, was Sie erwartet an Voraussetzungen in diesem Semester, nämlich dass wir uns auf eine organisatorische Basis geeinigt haben. Das ist in diesem Fall Opal und E-Mail. Sie brauchen ein Minimum an technischer Grundausstattung, um sich digital zu informieren und mit anderen zusammenzuarbeiten. Empfohlen sei ein Laptop oder Notebook mit einer herkömmlichen technischen Ausstattung, idealerweise eine Kamera und wenn Sie es haben, nutzen Sie doch bitte ein Headset. Dafür gibt es ganz einfache Alternativen, nämlich die Headsets, die Ihnen mitgeliefert werden, unter anderem bei Smartphones. Schauen Sie mal hier, testen Sie die vorher aus. Wenn Sie keines haben, überlegen Sie sich tatsächlich, ob Sie sich eines zulegen, denn für Videokonferenzen und Gespräche in Chatrooms oder in virtuellen Räumen ist es immer sehr anstrengend, wenn einer der beteiligten Partner nicht über ein professionelles Headset verfügt. Das muss jetzt kein Funk-Headset wie dieses sein. Kaufen Sie sich irgendeines für 4 Euro im nächsten Supermarkt Ihrer Wahl an der Kasse. Zur gemeinsamen Zielstellung, darauf arbeiten wir hoffentlich hin, dass sich natürlich in Zeiten der Digitalisierung von Lehrveranstaltungen auch der Charakter von Lehre ändert. Die Idee wäre, dass man hier in den Seminaren, die auch mit digitalen Unterstützung laufen, wenigstens drei Ziele formuliert, explizit, die Sie als Studierende erreicht haben sollten, wenn Sie das Seminar besuchen. Also das heißt, dass man in der Planung vom Ende her denkt und nicht wie es sonst in akademischen Seminaren manchmal üblich ist, dass man sich auch für die Entwicklung eines Seminarthemas etwas Zeit nimmt. Wünschenswert wäre, dass Sie zusammenarbeiten, dass Sie sich gemeinsam auf bestimmte Projekte konzentrieren und dann die Ihnen gegebenen Tools so kreativ und flexibel wie möglich einsetzen. Und wie gesagt, das kann von der E-Mail über die Produktion von Präsentationen, über die Präsentation von Podcasts und so weiter alles Mögliche umfassen. Überraschen Sie sich selbst und vielleicht auch uns als Lehrende mit einer entsprechenden Vielfalt in den Projekten, die Sie vorstellen. Sie können natürlich in diesem Kontext auch für sich Herausforderungen identifizieren, die Sie versuchen, in diesem Semester zu meistern. Also wenn Sie noch nie zum Beispiel ein Video geschnitten haben, dann stellen Sie sich das doch als Ziel, um zum Beispiel mit diesen digitalen Möglichkeiten zu arbeiten und arbeiten zu lernen im Sommersemester, was dann schlussendlich auch in Ihre Prüfungsleistungen einfließen kann, so dass man auch hier maximale Kreativität und bei maximaler Kulanz auch kreative Lösungen zulässt. Dazu sind alle eingeladen, die an der Fakultät SLK unterrichten. Das vielleicht ganz kurz zu den Prinzipien, die ich hier ganz kurz nochmal in einer zugegebenermaßen nicht sehr gut lesbaren Handschrift, aber es ist nun mal meine, nochmal darstelle. Wenn Sie das nicht lesen können, versuchen Sie den Screen zu wechseln, dass er eine größere Diagonale hat. Wir setzen zentral auf die Dienste Opal und E-Mail für die Distribution von Material und Information. Hierüber werden Sie Aufgaben bekommen. Das ist der kleinste, minimale Standard und der kleinste gemeinsame Länder, auf den wir uns für die digitale Kommunikation geeinigt haben, fakultätsweit. Darüber ist ein asynchroner Kontakt möglich. Ich empfehle Ihnen darüber hinaus, sich mit dem Web Messenger Matrix auseinanderzusetzen, der neu auf den TU-Servern aufgesetzt ist und in dem sich virtuelle Räume einrichten lassen. Und darüber können veranstaltungsbegleitende Formate, Kommunikationsformate etabliert werden, die dann synchroner Natur sind. Und das geht von Chats bis zum Austausch von Präsentationsmaterial und so weiter und so fort, sodass hier auch Kooperation möglich ist und eine Ergebnisevaluation. Ganz außen stehen, denn eigentlich sollen Videokonferenzen in der digitalen Lehre eher die Ausnahme sein. Die Open-Source-Tools Jitsi und BigBlueButton. Jitsi ist bereits jetzt in Matrix implementiert, läuft mit zwei bis fünf Personen recht flüssig. Es gibt erste Warnungen, dass Sie nicht auf Firefox als Browser setzen sollten, um das Ganze zu benutzen. Und sehr vielversprechender ist die Einrichtung von Testräumen für die Videokonferenzsoftware BigBlueButton. Hier sind zwischen zwei und hundert Personen in einer Konferenzschaltung möglich. An der TU Dresden wird im Moment mit Konferenzschaltung bis 30 Personen je Raum getestet. Und das ZIH und das Zentrum für Interdisziplinäres Lehren und Lernen richtet hier gerade diese Testräume ein. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass im Verlauf der nächsten Woche schon eine Empfehlung ausgesprochen werden kann, ob man zum Beispiel für bestimmte Umgebungen diese BigBlueButton-Webkonferenzen nutzt. Darüber hinaus gibt es noch eine Menge zahlreiche kommerzielle Dienste. Welchen Dienst die TU Dresden schlussendlich favorisiert, darf zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht öffentlich bekannt gegeben werden. Es laufen Gespräche mit unterschiedlichen Anbietern. Die größten am Markt sind Office 365 mit Microsoft Teams, die Google Suite mit Hangouts Meet und freilich Zoom. Lassen Sie sich aber überraschen, ob es einer der großen wird. Auch das erfahren wir, denke ich, im Verlauf der nächsten Tage. Schlussendlich können Sie auch asynchrone Formate vorbereiten, was ich sehr empfehlen möchte aus Erfahrung. Entweder nehmen Sie Audiokommentare und Audiospuren auf zur Präsentation und setzen diese in Podcasts, also in Reihen von regelmäßig aktualisierten Audio-Spuren. Oder Sie setzen sie in VidCast, das heißt in Videoformate, die ebenfalls in Reihe zum Beispiel Leereinhalte transportieren können. Das zunächst von meiner Seite. Nur zur Information und Vorbereitung auf das Sommersemester. Hier ist bestimmt in den nächsten Tagen noch sehr viel möglich und es wird noch sehr viel Veränderungen geben. Ich möchte Sie herzlich einladen dazu, dass Sie das Aussetzen der Präsenzlehre nicht nur als Katastrophe framen, sondern es gleichzeitig als Chance verstehen. Nämlich, dass wir erproben können, wie wir als Fakultät in Zeiten der Digitalisierung Lehre bestenfalls gut gestalten. Hier gibt es viele, viele, viele sehr gute Ideen, die auf ganz unterschiedlicher Basis aufsetzen. Ich möchte Sie um eins bitten, wenn Sie um Feedback gebeten werden, bitte geben Sie immer direktes Feedback, denn auch für uns ist diese Erfahrung gänzlich neu. In diesem Sinne, auf ein hoffentlich spannendes Sommersemester freue ich mich schon mit Ihnen und bin ganz herzlich bis in zwei Wochen spätestens auf dem einen oder anderen Kanal. Ihr Alexander Lasch Bis zum nächsten Mal.